In diesem Video werdet ihr sehen eine kleine Wanderstrecke zum Lost Place in Arnsberger Wald Teil 2 Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Wir gehen eine kleine Wanderstrecke zu einem Lost Place. Bis dahin filmen wir. Danach machen wir das Video für Lost Place, wenn wir da sind, soweit ich das sehe. Und danach gehen wir wieder zurück und danach fahren wir nach Warstein. Aber ihr werdet jetzt erstmal eine kleine Wanderstrecke sehen. Viel Spaß beim Video. Es ist keine markierte Wanderstrecke, also sprich wir gehen die Wanderung so, wie wir sie fotografiert haben. Wir folgen unserer Nase. Genau. Also dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und bis gleich. Okay. Und das ist unser Wanderportal oder Wanderparkplatz Rissmecke. Es gibt eigentlich nur eine Wanderstrecke hier. Und das ist, wo sind wir? Guck mal, das sieht interessant aus. Oh, beim Antoniuskreuz. Ah, wir sind hier. Und wir müssen jetzt hier runter gehen. Hier hin zu diesem Haus. Da ist das Lost Place. Schön. Das ist sogar hier eingezeichnet, das Lost Place. Eis. Gut, dann viel Spaß. Eis. Die Nacht war doch minus 11 Grad, glaube ich. Da ist ein Rasthäuschen. Ein Platzhäuschen. Bei der Bushaltestelle. Also hier sind schon ein paar Autos langgefahren. Ich denke auch schon heute. Oder was meinst du? Das ist die Bushaltestelle. Ja, ich sag ja. Sieht aus wie Bushaltestelle. Für eine kleine Rastplatz. Genau. Wir müssen jetzt hier links runter. Wir gehen immer weiter runter. Oh, Schatz. Hier runter. Hier runter. Ja, sieht man das Haus schon? Die Hälfte haben wir jetzt hinter uns. Okay. Ich dachte, ich hätte gerade was gesehen. Also ein Reh, dachte ich. Aber das war, glaube ich, kein Reh. Die sind überall Reh, die Spure. Und ich glaube, vom Hasen auch. Keine Ahnung. Da steht ein Schild. Nehmt Rücksicht auf die Wildnis. Oder aufs Wild. Leise gehen. Nicht laut. Okay. Kein Feuer machen. Okay. Nicht quer fett ein. Biken. Nicht Pferde. Kein Müll. Und keine Hunde freilassen. Wir haben auch Spuren. Wie soll man bei Schnee leise sein? Die hören uns doch schon kilometerweit entfernt, wenn wir hier lang gehen. Wenn ich hier auf dieser Spur gehe. Hier gibt es immer so glatte Stellen. Das ist richtig gefährlich. Also quer fett ein gehen wir nicht. Nein. Das machen wir nicht. Hundeanleihen haben wir auch nicht. Ich bin nicht angeleihnt. The Red Dog. Also wir reiten auch nicht. Wir haben keine Pferde mit. Ja. Na ja. Schauen wir mal weiter. Wir sind glaube ich jetzt gleich unten angekommen. Müsst gleich eine Kreuzung kommen. Dann geht es nach links. Und dann müssen wir gleich wieder noch einmal kurz nach rechts. Dann sind wir da. Aber ich habe auch schon Motorsäge gehört da hinten aus der Richtung. Und ein paar Stimmrufe. Könnte sein, dass Leute schon beim Lost Place da arbeiten. Holzfäller. Ja. Mal schauen. Bis gleich. Es ist hier aber viel Wasser drin in der Hefe. Hefe. Wie bleibt man hier im Sommer schwimmeln? Im Sommer ist ja bestimmt nicht so viel Wasser wie jetzt. Da. Da ist schon ein Hund. Okay. Wir sind über die Hefe gegangen. Über den Fluss. Müsst du mal gleich links und die zweite rechts. Das wäre normal. Jetzt sehe ich hier. Und da müsste man das Haus eigentlich sehen. Meine Frau hat es schon gesehen. Ich habe so ein Ach da. Ja. Jetzt sehe ich es auch. Boah, ist aber groß. Puh. 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 Dann würde ich das einmal schnell so filmen. und dann auf den rückweg mache ich dann für dieses video blablabla über das lost place ist das groß und richtig groß also gleich mache ich blablabla auf den rückweg über das lost place und gleich kommt der start vom zweiten lost place links oder rechts lang wie du willst ich sag doch rutschig links oder rechts was meinst du rechts ok links ist hier so über bäume vor ja hier sind schon welche lang gegangen da ist das lost place so gut also mache ich jetzt das andere video fertig dann bis gleich so leute wir waren in den lost place da ist es wir gehen jetzt gerade zurück ich fand das lost place sehr interessant du auch meinst du da waren geister drinnen meine frau sagt da waren geister drinnen gewesen meine frau geht es gerade nicht gut ansonsten schönes lost place über vier etagen leider nach ganz oben wird es gefährlich weil die stufen da sehr morsch sind aber wenn ihr wollt könnt das ja beim nächsten mal anschauen das video also das wird dann wahrscheinlich am samstag sein keine ahnung könnt euch das video anschauen und könnt auch selber entscheiden ob das gefährlich ist oder nicht ja ich denke auch da sind sehr viele leute manchmal weil da sind stühle schon so hingestellt tische hingestellt okay da waren nur zwei zwei masken drin es ist winter ist es glatt in hauswasser war schön angenehm obwohl keine heizung an ist hat auch keine heizung und kein wasser wahrscheinlich ja so ein bisschen warm ja ein bisschen warm schön obwohl keine heizung das kommt durch kontot von stefan ja 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 durch pupsen gut wir gehen jetzt den weg zurück und vielleicht finde ich noch was hier unterwegs vom film übrigens wenn ihr zu den lost place wollt ihr müsst nur h2 folgen und da kommt schon wieder leute die weiß ich alles aufs place anschauen bestimmt gehen sie nur deswegen hier noch keine ahnung gut auf den spaß beim nächsten video ah ne bis gleich hier ist ein wasserfall wir haben wir voll gar nicht gesehen hier ist so ein rohr das unter straße führt und da ist der bach meine frau möchte da gucken soll ich auch da gucken oder rutsche ich da rein ja ich darf okay ich darf daher runter gehen bei mir ist alles ein bisschen rutschiger weil ich schwerer bin und da pi ranja drin ich weiß nicht ob ich es gefunden habe oder nicht aber guck mal hier die ganzen und hier auf der linken seite auch und da waren kleine flüsse oder oder da ist schon eingebrochen auch ok es wird nicht tief sein aber ich möchte keinen lassen haben die waren vorhin noch nicht hier ja die sind neu ich habe was gehört ja vielleicht waren sie doch schon von hier aber ich glaube nicht ich habe zumindest nicht hier ist mein fußabdruck weil ich bin hier lang vielleicht doch ich weiß es nicht keine ahnung wir gehen weiter weiter nach a stein also weg zum lost place ist wirklich leicht so dann bis gleich wir sind wieder an der kreuzung wo wir nach rechts abbiegen müssen so dann sind wir gleich schon wieder am auto noch ein kilometer schön auf eine art ist das schön auf ein draht ist es traurig schön die aussicht wie weit man schauen kann traurig wie viele bäume doch kaputt sind gefällt von sind naja bis gleich zum auto wir sind um wieder am parkplatz angekommen ich sehe da gerade den schneemann liegen auf dem tisch das ist unser auto so ich würde mal sagen ich würde mal sagen die route die wir gegangen sind war schnell zu den lost place es gab es auch schöne sachen unterwegs aber da ist ja kein richtiger wanderweg war sondern wir einfach nur den weg da hingegangen sind oder gewandert sind wie auch immer war ziemlich kurz zwei kilometer hin zwei kilometer sind also vier kilometer ich wollte das mal schauen weil das wird im wanderweg der h2 führt da lang der a3 ist ja hier oben genau da ist der hier einmal runter nach wild gehege zum wild gehege aber der andere wanderweg ist nicht eingezeichnet h2 mal schauen von wo der ist hat zwei ich weiß nicht keine ahnung schon mal gut dann würde ich sagen das war es mit diesem video ich sage mal dankeschön fürs zuschauen willst du was zu dem wanderweg sagen weil normale strecke die wir gegangen sind dann sage ich mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wir noch bis dahin wünsche viel spaß und auf wiedersehen bis dennne ciao ciao